Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Ich hoffe, ihr hattet besinnliche Weihnachtsfeiertage. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Patientenverfügung. Jeder hat das Recht über seinen Körper selber zu entscheiden. Ob man im Krankenhaus behandelt werden will oder nicht. Ob man eine Operation über sich ergehen lassen will oder nicht. Ob man ein Medikament einnehmen will oder nicht. Wer einen pflegen darf und wer nicht. Dieses Recht geht mittlerweile so weit, dass man das Recht hat, über sein Ableben selber zu entscheiden. Und was mit dem Körper nach dem Tode passieren soll. Sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, ist für viele Menschen etwas, was man am liebsten sein ganzes Leben vor sich herschiebt. Aber wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst, müssen andere diese Entscheidungen treffen. Zum Jahreswechsel ein guter Vorsatz wäre das Erstellen einer eigenen Patientenverfügung, um niemanden anderen diese Bürde aufzuerlegen. Die Frage bleibt ein Leben lang, ob man im Sinne desjenigen entschieden hat. Führte die Entscheidung zum Ableben? Gehen sogar Schuldgefühle einher? Ich vertrete die Ansicht, dass jeder frühzeitig eine Patientenverfügung für sich anfertigen sollte. Damit geht einher, mit seinen Nahestehenden darüber zu reden, wenn ein spezifischer Fall eintritt, den die Patientenverfügung nicht abdeckt, dass eine Entscheidung im eigenen Interesse gefällt werden kann. Die Patientenverfügung regelt nicht nur, wie viele meinen, lebenshaltende Maschinen an oder aus, sondern auch Behandlungseinschränkungen oder Wege. Welches Krankenhaus bevorzugt man? Will man Blut- oder Gewebetransplantation? Lässt man künstliches Koma zu? Es sind halt viele Dinge zu berücksichtigen. Deshalb sollte man auch frühzeitig diese Entscheidungen für sich treffen. Es fängt schon damit an, wenn einem nur noch im Krankenhaus geholfen werden kann, aber eine panische und geistesunumnachtete Weigerung hindert den Sanitätsdienst, den Patienten ins Krankenhaus zu befördern. In dem Fall, im Besitz aller geistigen Fähigkeiten, sollte die Patientenverfügung den Transport ins Krankenhaus auch gegen den Willen eines selber ermöglichen. Ein weit verbreitetes und dennoch kontrovers Thema ist die Organspende. Will man, dass seine Organe nach dem Ableben vergammeln oder will man, zumindest in Teilen, in einem anderen Körper weiterleben? Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Ich halte es für gut, dass Maßnahmen ergriffen wurden, dass sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ein Video zum Thema Organspende findest du oben unter dem i. Vor kurzem ist das Gesetz zum Verbot auf Sterbehilfe gekippt worden, weil es der Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen zuwiderläuft. Meiner Ansicht nach gehen die Möglichkeiten aber noch nicht weit genug. Zum Thema Sterbehilfe wird es noch ein gesondertes Video geben. Wir haben nur ein Leben, dessen Würde unantastbar ist. Um nicht leichtsinnig damit umzugehen, ist es vernünftig, sich mit seinem Leben und seinem möglichen Ableben auseinanderzusetzen. Diese Möglichkeit, über seinen eigenen Körper zu entscheiden, sollte selbstverständlich auch das Thema Impfung einschließen. Es setzt die Würde des Patienten herab, wenn der Staat als Pflicht vorgibt, dass man seinen Körper inaktive Viren, also Impfstoffe, spritzen soll. Zum Thema Impfungen wird es noch ein gesondertes Video geben. Dass der Wille des Patienten immer eingehaltet wird, sollte die Gesundheitskarte, welche durch die Krankenversicherung herausgegeben wird, wichtige medizinische Daten beinhalten. Daten, die für jeden Arzt wichtig sein könnten im Notfall. Chronische Erkrankungen, Impfungen, Allergien und Unverträglichkeiten, insbesondere Medikamenten- und Lebensmittelallergien, die Patientenverfügung, Organspendeentscheidungen, Blutgruppe, die letzten drei Röntgenuntersuchungen und regelmäßig einzunehmende Medikamente sollten neben der Anamnese bei einem fremden Arzt im Notfall immer einsehbar sein. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, auch in 2021 wieder mit euch zusammen über politische und gesellschaftliche Themen nachdenken und diskutieren zu können. Bleiben Sie mir gewogen. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.